Oh, bin ich noch müde. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich habe zum Frühstücken nur eine halbe Stunde, bevor wir bei der Versammlung antreten müssen. Los, kommt doch einfach mit. Moin. 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 Still gestanden. Heute gibt es viel zu tun. Schnell an die Arbeit. Zwischen 8 und 10 Uhr müssen wir an unserem Lager gucken, ob alles in Ordnung ist. Danach kommt der Wachdienst. Hey Soldat, es ist bereits 10 Uhr. Schnell zieh dich um und dann ab auf deinen Posten. Bei meinem Wachdienst muss ich die Umgebung überwachen. Ich muss aufpassen, dass keine Angreifer in unser Lager kommen. Hm, freue ich mich schon auf das Mittagessen. Dafür haben wir auch nur eine halbe Stunde Zeit. Es bleibt gar keine Zeit, sich auszuruhen. Los Männer, weiter geht's. Jetzt machen wir Waffenübungen. Dafür muss ich meine Tunika und mein Kettenhead mit Brustpanzer anziehen. Hattest du schon eine Pause heute? Eine Pause? Los, lass kämpfen. Um 14 Uhr müssen wir in der Gruppe marschieren. Wichtig dafür sind meine Schnürsandalen. Los Männer, in meine Richtung. Ist das anstrengend heute, ey. Um 16 Uhr müssen wir üben, wie man richtig kämpft. Los, du und du, ihr beiden, kämpfen. Um 18 Uhr haben wir Abendessen. Danach kommt der entspannte Teil des Tages. Darauf freue ich mich. Den verbringe ich zum Beispiel mit Jagen. Oder ich gehe in eine Therme, um mich zu erfrischen. Oh, war das kalt heute. Und schon ist der Tag wieder rum. Bei so vielen schönen Dingen vergeht die Zeit so schnell. Aber jetzt falle ich hundemüde in mein Bett. Der Tag war so lang und so anstrengend. Aber hey, jetzt interessiert mich dein Tagesablauf. Finde Gemeinsamkeiten und Unterschiede.